Leute, geht es euch wie mir? Fragt ihr euch, was ist gerade los mit der Legalisierung in Deutschland? Liegt sie auf Eis oder tut sich hinter den Kulissen was? Hier haben wir ein ganz interessantes Interview vom Vorwärtsmagazin mit Dirk Heidenblut, Gesundheitsausschussmitglied im Bundestag, arbeitet für die SPD und er wird hier seine persönliche Meinung, wie die Legalisierung in den nächsten Monaten vonstatten gehen kann, äußern. Und so eine Aussage habt ihr bisher von einem deutschen SPD-Politiker meiner Meinung nach noch nicht gehört. Wirklich ein tolles Interview, spannende 15 Minuten, bleibt bis zum Ende dran. Gerade seine letzte Aussage, die wird euch wirklich mit einem wundervollen Gefühl in den Tag oder in den Abend starten lassen. Das verspreche ich euch und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Okay, dann lassen wir uns mal nicht aufhalten und starten mit der Reaction. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erklären wir mal die Welt. Wann wird endlich Cannabis legalisiert? Darüber wollen wir heute sprechen mit Dirk Heidenblut. Dirk Heidenblut ist in dieser Legislaturperiode wieder Mitglied des Ausschusses für Gesundheit und da unter anderem zuständig für die Cannabis-Politik. Hallo! Ja, herzlich willkommen hier wieder beim Vorwärts. Danke! Das war schon einige Monate her. Das war im Sommer, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau. Immer das gleiche Thema, aber längere Zeiträume. Genau. Ja, schön, dass du wieder bei uns bist und bereit bist, uns in 15 bis 20 Minuten ein bisschen was über Cannabis zu erzählen. Dirk, die erste Frage, warum ist Cannabis eigentlich noch nicht legalisiert? Olaf Scholz ist doch jetzt seit etwas mehr als einem Monat im Amt. Ja, also an Olaf Scholz liegt nicht so viel, kann ich schon mal sagen. Und ja, er ist seit etwas mehr als einem Monat im Amt, aber man muss dazu vielleicht das Verfahren verstehen. Wenn der Kanzler gewählt ist und wenn die Regierung zusammengetreten ist und damit die Regierung gebildet ist, erst dann können die Ausschüsse im Bundestag gebildet werden. Und die Frage, ob ein Gesetz gemacht wird oder nicht, ist eine parlamentarische. Also die muss sozusagen, da muss das Parlament für funktionieren. Und erst wenn die Ausschüsse gebildet sind, ist klar, wer ist zuständig wofür und dann kann die Arbeit losgehen. Und das ist tatsächlich erst seit der letzten Sitzungswoche der Fall. Denn erst seit der letzten Sitzungswoche ist klar, wer wird für den Cannabis-Bereich zuständig sein. Ich weiß das jetzt, dass ich es bei uns wieder sein werde. Aber das mussten natürlich auch die Kolleginnen, Kollegen von den Grünen, von der FDP klarkriegen, von den anderen Fraktionen. Das haben wir jetzt und jetzt kann es losgehen und jetzt sozusagen werden wir intensiv daran arbeiten. Ich warne aber davor, Legalisierung macht man nicht mal eben. Also auch in den nächsten vier Wochen werden wir noch nicht erleben, dass Cannabis legal ist. Aber hoffentlich. Leute, habt ihr das gerade gehört? Also erstmal, es ist kein Stillstand in der Politik, weil viele ja gedacht haben, es passiert ja gerade gar nichts. Er hat es gerade ganz gut beschrieben. Er hat gesagt, die Ausschüsse mussten erstmal gebildet werden und ich hatte ja auch Informationen im Hintergrund, dass da wirklich noch dran gearbeitet wird und da nichts im Stillstand steht. Aber man will ja die Euphorie ein bisschen runterhalten. Und jetzt haltet euch mal fest, was er gerade sagt. Also in den nächsten vier Wochen haben wir jetzt nichts zu erwarten, aber dann. Also er spricht hier nicht von Monaten und nicht von Jahren. Und jetzt hören wir mal weiter zu, weil das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend, Leute. Du hast vorsichtige Schritte in die richtige Richtung. Was braucht es denn? Also wie kann man sich das jetzt vorstellen? Worüber müsst ihr im Bundestag eigentlich diskutieren, damit Cannabis legalisiert wird? Naja, wir müssen ein Gesetz dafür machen. Die Grünen haben das ja mit dem Cannabiskontrollgesetz in der letzten Legislatur schon mal vorgemacht, wie das aussehen könnte. Aber wir müssen ein Gesetz dazu machen, das ganz viele Punkte regelt. Von der grundsätzlichen Frage der Legalisierung. Das kann man jetzt sagen, ist vielleicht nur ein Federstrich, weil es muss einfach nur aus der Illegalität gehoben werden. Aber es muss ja dann auch geklärt werden, wer darf es denn verkaufen? Also wie erfolgt die Abgabe? Wie viel darf jeder bekommen? Oder jede bekommen? Wo kriegen wir es eigentlich her? Da haben ja gerade die Kolleginnen und Kollegen in den Niederlanden im Moment noch immer Probleme mit, obwohl die schon lange mit ihren Coffeeshops zu Gange sind. Wie sieht das im Straßenverkehr aus? Also was passiert dann an der Stelle? Und so weiter und so fort. Also unmögliche Fragen müssen in einem Gesetz gebündelt, geregelt werden. Und das dauert halt leider seine Zeit, bis das dann vernünftig auf den Weg kommt. Ich will direkt dazu sagen, wir wissen noch nicht mal im Moment genau, welches Ministerium das machen wird. Denn die Frage Legalisierung Cannabis könnte im Gesundheitsministerium angesiedelt sein. Sie könnte aber auch im Innenministerium angesiedelt sein oder im Justizministerium. Alles Ministerien, die sich womöglich federführend damit befassen. Das werden wir als erstes, das wird hoffentlich dann Olaf Scholz auch in der Regierung relativ schnell klären, wer da eigentlich den Hut auf hat. Und was ich zu sagen kann, ist zumindest innerhalb der SPD, aber auch schon abgestimmt mit den Gesundheitskolleginnen aus den anderen Fraktionen, die mit koalieren. Wir Drogenpolitikerinnen und Politiker werden uns sehr schnell zusammensetzen und auch versuchen da Druck aufzubauen, dass es schnell geht. Aber es muss ein Gesetz her und das muss beschlossen werden und das braucht seine Zeit und dazu müssen auch alle Betroffenen angehört werden etc. Das dauert einfach. Da kam gerade auch eine Frage in den Kommentaren dazu. Gibt es schon einen Zeitplan oder gibt es den dann auch noch nicht? Nein, den kann es ja noch nicht geben. Also was ich sozusagen als einzigen Zeitplan sagen kann, ist, dass wir jetzt sehr schnell noch in der nächsten, spätestens dann übernächste Sitzungswoche mit den Drogenpolitischen verantwortlichen zusammenkommen. Leute, in den nächsten Sitzungen ist das Thema bei den Zuständigen für Drogen und Gesundheit auf den Tisch. In den nächsten Wochen, also es wird proaktiv dran gearbeitet. Und das ist erstmal das Allerwichtigste. Und noch dazu kommt, dass jetzt wirklich Leute an diesen Sachen arbeiten, wie unser neuer Gesundheitsminister, der ja auch pro Cannabis ist. Dann haben wir einen neuen Drogenbeauftragten, der sogar, wenn ich mich recht entsinne, bei Lieb organisiert ist. Und dann haben wir noch Dirk Heidenblut, der im Gesundheitsausschuss der SPD ist. Also hier kommen richtig Experten endlich an das Thema ran. Übrigens bin ich irrefroh, dass der Burkhardt, den wir letztens beim Gespräch dabei hatten, das jetzt macht. Denn der ist ein richtiger Legalisierungsbefürworter. Dass auch der Drogenbeauftragter natürlich dazukommt. Der wird eine entscheidende Rolle einnehmen an dieser Stelle. Und dass wir dann sehr schnell auch in den Zeitplan gehen müssen und etwas sozusagen vorlegen müssen. Aber bisher kann es logischerweise noch keinen Zeitplan geben. Weil wie gesagt, erst seit der letzten Sitzungswoche wissen wir überhaupt, mit wem wir reden. Das war ja vorher auch noch nicht so wirklich klar. Mega. Eine Frage, die glaube ich die meisten interessiert, die wird jetzt auch in den Kommentaren gestellt, kam im Vorfeld auch schon über Twitter und Instagram rein. Wie sieht das mit der Entkriminalisierung aus? Wenn die Legalisierung jetzt vielleicht und dauert, kommt eine Entkriminalisierung oder wie stehst du dazu? Also wir hatten ja sogar in unserem Wahlprogramm einen klaren Vorschlag für eine Schrittabfolge. Wir wollten ja noch Modellprojekte vorschieben. Ich sage jetzt mal, lass mal außen vor, das Thema ist durch. Modellprojekte sind vom Tisch. Wir machen mit ganz Deutschland ein Modellprojekt. Das ist super gut. Das ist ein schnellerer Weg als der über die Modellprojekte. Das muss euch bewusst sein, Leute. Also wir sind hier in einer ziemlich, wir haben hier ein vernünftiges Tempo auf jeden Fall vorliegen. Aber weil wir wussten, dass es lange dauert, haben wir ja von vornherein gesagt, man muss die Entkriminalisierung eigentlich unabhängig angehen. Die ist auch, zumindest soweit ich das nachvollziehen kann, etwas, was man angehen kann. Wir müssen auch den Bundesrat noch betrachten, die Länder, was man sozusagen auch da recht unproblematisch angehen kann. Also aus meiner Sicht müssen wir dann, wenn wir in den Prozess gehen, auch über schnelle Schritte im Bereich Entkriminalisierung nachdenken und reden. Es muss nicht verkoppelt werden. Für mich als Gesundheitspolitiker ist es aber insofern verkoppelt. Eine Entkriminalisierung, ohne dass am Ende eine Legalisierung steht, halte ich für brandgefährlich. Denn das bedeutet lediglich, dass wir den Leuten dann entkriminalisiert den Besitz des Cannabis erlauben, das versetzt im Schwarzmarkt vertickt wird. Und das ehrlich gesagt kann kein gesundheitspolitisches Ziel sein. Also Entkriminalisierung als erster Schritt, als schnelle Maßnahme begleiten zu einem klaren Legalisierungsprozess ist sicherlich ein sinnvoller Weg, aber nicht Entkriminalisierung isoliert davon betrachtet. Deswegen müssen wir beide zu Beginn zusammen denken. Dann kann aber die Entkriminalisierung sozusagen sicherlich unabhängig schneller umgesetzt werden. Ob das die anderen so sehen, kann ich jetzt auch noch nicht sagen, weil wie gesagt, wir haben noch nicht miteinander geredet. Das kommt ja jetzt erst. Fingers crossed. Eine weitere Frage, die viele interessiert hat, wie wird das dann mit dem Eigenanbau aussehen? Gibt es dazu schon Überlegungen? Wichtigste Frage fast, oder? Es gab in dem Cannabiskontrollgesetz dazu ja bereits Überlegungen. Es gibt eigentlich, glaube ich, in allen beteiligten Parteien, Fraktionen, Überlegungen. Da ist man auch noch nicht ganz schlüssig. Da gab es auch bei der letzten Diskussion noch Fragen, in welcher Größenordnung. Ich kann von mir persönlich sagen, ich halte Eigenanbau für unverzichtbar, wenn wir über Fragen von Legalisierung reden. Das sehe ich übrigens sogar auch schon im Bereich medizinisches Cannabis, also bei den Leuten, die darauf angewiesen sind. Was? Also Leute, habt ihr das gerade gehört? Jemand, der im Gesundheitsausschuss der SPD ist, hat gerade sogar Anbau im selben Atemzug mit medizinischem Cannabis angesprochen. Das sind ja Dinge, über die ich selbst in meinen Streams in den letzten Wochen und Monaten nie drüber zu träumen gewagt habe, weil ich gedacht habe, das bleibt auf jeden Fall komplett getrennt. Aber hier spricht ein Politiker, der viel Ahnung hat und Einfluss haben wird, sogar über sowas. Wir bleiben gespannt, Leute. Aber bezogen auf den Eigenanbau und finde auch grundsätzlich als zusätzliche Option das Modell dieser Cannabis Social Clubs keine ganz schlechte Lösung, weil das den Eigenanbau etwas kontrollierter machen würde. Also wenn man das in einer Struktur, Club, Vereinsstruktur, wie auch immer man das sehen möchte, macht. Deswegen fände ich es wichtig, wenn wir das, was im Koalitionsvertrag steht, also dass es über verbindliche Abgabestellen läuft, nicht so ultimativ sehen würden, sondern vielleicht zum Beispiel diese Club-Idee zumindest mitbedenken und ich glaube, die könnte gerade beim Eigenanbau auch nochmal eine sehr entscheidende Rolle spielen. Wow. Ich gehe hier gerade auch noch ein bisschen die Kommentare durch, die eben geschickt wurden. Da fragt jemand, woher sollen die Blüten kommen, ohne die UN-Single-Convention zu verletzen? Sehr, sehr gute Frage, Leute. Das ist jetzt mal spannend, was er darauf antwortet. Ja, auch das ist eine Frage, die wir klären müssen. Also theoretisch könnten wir natürlich womöglich selbst was machen. Da haben wir aber auch wieder ein Problem, weil man eigentlich, das haben wir bei Kanada erlebt, medizinisches Cannabis und dann den Anbau für konsumfreigegebenes Cannabis, die ich so ohne weiteres regeln kann. Wir müssen dafür eine Lösung finden. Das werden wir auch abstimmen müssen. Aber ich bin mir sicher, dafür gibt es Lösungen. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass wir einen regulierten Markt für den Bezug auch bekommen. Es macht keinen Sinn, nur die Abgabe zu regeln. Wir müssen auch den Bezug regeln, weil sonst zwingen wir den Abgebenden, diese Entscheidung für uns zu treffen und im Zweifel sich dann auch wieder am Schwarzmarkt zu bedienen. Das kann ja nicht Sinn der Geschichte. Das wäre eine Backdoor-Problematik wie in Holland. Es kam kurz noch eine organisatorische Zwischenfrage. Ja, der Livestream wird nochmal gespeichert. Den könnt ihr euch später auch auf Instagram anschauen und ab morgen dann auch auf vorwärts.de Werbeblock Ende. Es kam nochmal eine Frage zur Entkriminalisierung rein. Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Es wurde gefragt, du hast es schon beantwortet, aber vielleicht nochmal in ganz einfach. Warum werden die KonsumentInnen nicht schon sofort entkriminalisiert? Naja, also erstens, weil auch die Entkriminalisierung natürlich ein Gesetzgebungsvorgang ist. Also das macht man auch nicht mit einem Fehlerstrich. Da muss man auch sehr genau aufpassen, dass man nicht sozusagen da was falsch macht. Man muss auch eine Größenordnung dann festlegen. Das ist wahrscheinlich zumindest denjenigen, die sich mit Cannabiskonsum schon mal beschäftigen. Klar, in Deutschland gibt es da sehr unterschiedliche Regeln zurzeit auch schon, was die Nichtverfolgung dann möglicherweise angeht. Das muss man klar regeln. Es kann nicht sein, dass dann der Besitz, der Privatbesitz von 6 Gramm in, keine Ahnung, Berlin und 20 Gramm in Hamburg entkriminalisiert ist. So geht es dann auch nicht. Also auch da wird man Lösungen für finden müssen. Insofern ist das ein Prozess, der auch kommen muss. Auch dazu brauchen wir ein Gesetzgebungsvorhaben. Aber es kann schneller, schneller in diesen Prozess gehen. Es kann schneller an der Stelle gehen. Das kann ich wohl sagen. Aber so mal eben macht man auch eine Entkriminalisierung nicht. Was auch im Vorfeld sehr stark gefragt wurde, ist, wie sieht es aus mit den Grenzwerten bezüglich des Führerscheins und des Cannabiskonsums im Verkehr? Fragen sich, glaube ich, hier auch viele. Also auch über die Grenzwerte werden wir uns unterhalten müssen. Wobei beim Cannabis viel wichtiger, also besonders wichtig dabei natürlich ist, dass man Cannabis halt sehr lange nachweisen kann. Und das ist eben so ein bisschen der Unterschied zum Alkohol auch. Wenn ich alkoholisiert Auto fahre oder wenn ich abends Alkohol trinke und einen Tag warte und dann Auto fahre, fahre ich meistens nicht mehr alkoholisiert. Ich will jetzt keinem empfehlen, das zu schnell zu machen. Aber bei Cannabis sieht das anders aus. Da kann ich länger vorher schon Cannabis genossen haben, fahre dann Auto und werde dann immer noch mit einer bestimmten Menge erwischt, die möglicherweise sogar den Grenzwert überschreitet. Deswegen müssen wir dafür Lösungen finden. Wir müssen da Kontrollmechanismen anders finden. Wir müssen es aus meiner Sicht gleich behandeln mit Alkohol. Ich gebe aber da auch zu und da mache ich mir jetzt wahrscheinlich keine Freunde. Ich bin durchaus ein großer Freund der Null, auch Promillgrenze von Alkohol. Das würde ich dann auch bei Cannabis sehen. Aber wenn wir das eine so behandeln, muss man auch das andere so behandeln. Also eine Gleichbehandlung fände ich grundsätzlich schon gar nicht verkehrt. Aber das wird auch angegangen. Ist keine Frage. Das muss man im Zweifel auch vielleicht mit der Entkriminalisierung schon mitdenken, weil wir erleben das ja jetzt auch, dass häufig neben der Kriminalisierung auch die Frage Führerscheinentzug sich bewegen im Straßenverkehr. Ja, ich will nicht sagen benutzt wird, aber dass das auch ein Aspekt von Strafe womöglich darstellt. Und deswegen glaube ich, dass wir das Thema Straßenverkehr auch sauber regeln müssen. Dann auch schon wahrscheinlich im Rahmen des Entkriminalisierung, der Entkriminalisierungsdiskussion. So will sie überhaupt getrennt kriegen. Wie gesagt, meine Meinung, das muss jetzt noch nicht getragen werden von den drogenpolitischen Sprecherinnen der anderen. Wow. Also Leute, da hat jemand auf jeden Fall echt ein bisschen Plan. Man kriegt es nicht mehr in den Klassifahrens-Problem. Okay, was mich noch sehr interessiert, wenn man über Drogenpolitik spricht, muss man ja aber auch über Suchtprävention sprechen. Was ist da geplant? Also ganz wichtig ist, dass wir zunächst mal die Suchthilfe stabil finanziert bekommen. Das ist jetzt auch noch kein wirklich stabiles, kein sicheres System. Das heißt, wir werden über die Finanzierung reden müssen. Wir müssen über die Vereinfachung, Verbesserung von Zugängen reden. Wir müssen über Aspekt wie Drugchecking und vieles andere mehr auch reden und Strukturen aufbauen und das vernünftig auf die Wege leiten. Ich hoffe, dass wir das im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens, auch deswegen würde ich persönlich sagen, es macht Sinn, das im Gesundheitsbereich anzusiedeln, weil es gehört einfach mit geregelt, dass wir im Rahmen dieses Verfahrens auch diese Frage regeln können. Ihr könnt ja mal schreiben, wo ihr denkt, dass es angesiedelt gehört. Eher im Gesundheitssystem, Gesundheitswesen oder eher beim, sozusagen wie ich vorhin gesagt habe, irgendwo beim strafrechtlichen Segment. Ich denke, Cannabis und Jugendschutz und solche Sachen hat viel was mit unserer gesellschaftlichen Gesundheit zu tun. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn das Thema in solche Hände kommt, die wirklich allumfassend sehr viel Ahnung davon haben. Das ist eine gravierende Veränderung, die da stattfindet, Leute. Das sind von uns gewählte Politiker, die mittlerweile wirklich Ahnung von der Materie haben. Ich habe es schon sehr oft in meinen Streams gesagt. Wir haben, als die jetzt gewählte deutsche Bundesregierung gesagt hat, sie will Cannabis legalisieren, in ihrer Legislaturperiode sind wir in ein neues Zeitalter eingetreten, nämlich, dass wir wirklich plötzlich sachlich, argumentativ über dieses Thema sprechen, abwägen, Vor- und Nachteile und einen vernünftigen und sachlichen Diskurs führen. Das ist tatsächlich schon eine gravierende Veränderung. Also ich bin sehr zuversichtlich. Da gibt es Vorstellungen, auch die sind bei den Fraktionen ein bisschen unterschiedlich, möglicherweise bei den Parteien. Aber ich bin mir sicher, wir werden uns auch an den Punkten sehr gut einigen können. Und gerade bei der Suchthilfe ist es auch wichtig, auch Online-Angebote nochmal verstärkt auszubauen. Das erleben wir jetzt gerade bei Cannabis-Fragen. Entschuldigung, bei Corona, jetzt bin ich schon nur noch bei Corona, durch die Corona-Situation. Aber es ist auch grundsätzlich wichtig, weil gerade jüngere Menschen auch stärker zu solchen Angeboten neigen. Da muss man auch Hilfe-Angebote machen. Also da gibt es viel zu tun, an ganz vielen Stellen, auch was diesen Aspekt angeht. Ganz wichtig im Parallel mit zu betrachten. Unsere 15 Minuten neigen sich langsam dem Ende. Das Format ist da für schnell und knackige Formate gedacht. Wer sich für weitere Themen interessiert, Wir haben ja noch den alten Talk auf www.vorwärts.de zu finden oder auf Instagram ganz weit runterscrollen. Werbe-Blog. Wir haben auch heute ein Interview veröffentlicht mit dem neuen Drogenbeauftragten, mit Burkhard Wienert. Also auch gerne mal reinschauen. Dirk, letzte Frage. Was möchtest du noch zu dem ganzen Thema sagen, was ich dich noch gar nicht gefragt habe? Irgendwas, was wir ganz Wichtiges vergessen haben. Ich glaube, die zentralen Punkte sind letzten Endes angesprochen. Was mir persönlich einfach auf der Seele brennt, und das nutze ich jetzt hier vielleicht auch mal. Ich bitte, auch wenn ich weiß, dass das verdammt schwerfällt, weil viele unendlich darauf warten. Ich bitte trotzdem um ein klein bisschen Geduld noch. Das Ding ist nicht ganz so einfach. Die Kuh ist so einfach, nicht vom Eis zu bringen. Aber ich sage zu, wir werden da zumindest aus drogenpolitischer Sicht sehr schnell und sehr konstruktiv dran sein. Und wir werden natürlich auch den Entkriminalisierungsprozess betrachten. Aber ich bitte einfach noch um ein bisschen Geduld. Und bitte gleichzeitig meine Kolleginnen und Kollegen aber alle, jetzt schnell ranzugehen. Und es wäre schön, wenn keiner mehr in Frage stellen würde, dass wir das Thema anpacken. Das wäre schon hier gleich. Leute, was ist das denn bitte für ein krasses Statement? Erstmal vielen lieben Dank an diese Stelle an Daniela Sefiri, dass sie mit Dirk Heidenblut dieses Interview geführt hat. Ich kriege gerade ein bisschen Gänsehaut. Habt ihr dieses letzte Statement gehört? Darum ging es mir auch, euch mal zu zeigen, dass hier gar kein Stillstand ist. Dass wirklich unsere gewählten Politiker wirklich an der Sache dran sind. Und seine Aussage vorhin, ja, erwartet bitte in den nächsten vier Wochen, er hat nicht gesagt, in den nächsten vier Monaten oder in diesem Jahr erwartet dieses Jahr nichts. Nein, er hat gesagt, erwartet in den nächsten vier Wochen nichts. Wir sind dran. Wir wissen, was wir zu tun haben. Ich unterstelle denen jetzt auch mal, dass die mit unserem neuen wirklich kompletten Team, die sich da ransetzen mit den ganzen Experten, mit unserem neuen auch Drogenbeauftragten, jetzt ein absolutes Kompetenzteam bilden. Und wir zuversichtlich sein können, dass hier wirklich Leute, die Ahnung vom Fach haben, das machen. Leute, vielen lieben Dank nochmal für den Beitrag an das Vorwärtsmagazin. Das ist ein YouTube-Kanal der SPD. Verlinke ich euch natürlich unten und auch den Instagram von Heidenblut. Auf jeden Fall folgen. Was für ein krasser Mann. Und ich würde sagen, es sieht sehr gut aus. Also lasst uns, wie er gesagt hat, einfach ein bisschen Ruhe bewahren. Er hat uns das Versprechen gegeben, die Experten und die Entscheidungsträger sind an dem Thema dran. Denn tolle Aussagen sind getroffen worden. Und jetzt bleiben wir ein bisschen geduldig und schauen zuversichtlich in die Zukunft. Wenn euch das gefallen hat, Leute, schaltet immer donnerstags um 19.15 Uhr bei mir auf Twitch ein. Da reagiere ich auf solchen Content live mit der Turb Crew. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Ich bin raus. Euer Vince.